Bayerischer Bahnhof. Der ehemalige Kopfbahnhof im südöstlichen Teil der Leipziger Altstadt wurde 1842 von der Sächsisch-Bayerischen Eisenbahnkompanie in Betrieb genommen. Als man 1915 in Leipzig einen neuen Hauptbahnhof baute, bei dem mehrere Bahnhöfe zusammengefasst wurden, blieb der Bayerische Bahnhof bestehen. 2001 wurde der Bahnhof dann doch stillgelegt. Heute erinnert nur noch der 30 Meter breite Portikus mit seinen vier Toren an die Glanzzeit der Sächsisch-Bayerischen Zugverbindung. Als man 2006 den City-Tunnel baute, musste der 2800 Tonnen schwere Portikus mit Hilfe von Gleitlagern um 30 Meter nach Osten verschoben werden. Nach der Fertigstellung des Tunnels glitt der Torbau 2013 wieder zurück an seinen alten Standort und wurde danach liebevoll restauriert. Neben dem Baudenkmal liegt das Gasthaus Bayerischer Bahnhof. Es bietet original bayerische Küche. Dies ist eines von mehr als 2000 Scribe-Videos. Scribe-Videos gibt es zu über 100 Städten in Deutschland, von A wie Aachen bis W wie Würzburg. Mit der Scribe-App haben Sie Zugriff auf alle 2000 Videos und können bei Ihrem individuellen Stadtbummel-Mobil durch die Videos einer Stadt navigieren. Testen Sie die Scribe-App kostenlos. Testen Sie die S